so meine lieben ich bin jetzt hier gerade auf der weltpremiere vom id 7 der wurde gerade vorgestellt und ich habe mir gedacht ja da haben jetzt schon so viele youtuber irgendwelche videos aus alicante gezeigt und so weiter muss ich nicht auch noch mal lasst uns mal einfach fokussieren auf das neue multimedia interface da gucken wir jetzt mit mir ganz genau drauf wenn euch das interessiert dann bleibt dran nach dem intro geht es sofort los so vorweg der id 7 hat zwei displays einmal recht integriert das kennt man schon so vom scodia enyac ist nur mit den relevanten informationen hier ausgestattet natürlich hat er auch ein head-up display das ist serienmäßig beim id 7 und hier sind dann die relevanten infos drinnen wenn er mit millimeter fahrt ob er jetzt gerade den lenker assistenten aktiviert hat reichweite sitzbelegung ihr seht das alles verkehrsschilderkennung all das wir fokussieren uns aber jetzt auf den 15 zoll monitor hier den ihr habt und ihr werdet natürlich hier auch erst mal willkommen gehen wir natürlich in den online modus und das sieht schon mal ganz anders aus vor allem habt ihr es vielleicht auch gerade gemerkt die geschwindigkeit die hat sich wirklich drastisch verbessert und ja fangen wir jetzt einfach mal an also ihr habt im oberen bereich natürlich hier eure favoriten da hat sich nicht wirklich viel geändert ihr könnt sie natürlich auch anpassen und so weiter ihr könnt ihr auch welche hinzufügen das seht ihr jetzt hier was ihr wollt und so weiter also verfrieden im control center anpassen auch das geht jetzt alles gehen wir jetzt erstmal nicht darauf näher ein sagt seht ihr selber hier oben kommen wir direkt an ein menü und merkt es gerade es ist ein overlay menü ihr seid hier im haupt screen und es bildet hier eine zweite ebene aber was ich eigentlich zeigen wollte sobald ihr oben drückt kommt ihr in ein so ein overlay ebene die das über das eigentliche menü gerade drüber legt hier kommt man dann in andere andere bereiche ein ihr könnt das setup display zum beispiel einstellen aus anschalten ihr könnt zum beispiel auch hier in den ladescreen rein also ihr seht gerade 328 kilometer bei 77 prozent könnt den regler hier auch einstellen wie gesagt und guckt euch die geschwindigkeit an also die geschwindigkeit ist wirklich top so ihr könnt über die schnellwahl tasten in den park assistenten zum beispiel wechseln ihr könnt hier zum beispiel in die assistenz ins assistenz menü wechseln auch ganz interessant also das sind alles diese diese schnellwahl tasten fahrprofil hat war eben ihr könnt natürlich in den navi screen jetzt hier reingehen zum beispiel auch der auf 15 zoll natürlich gigantisch könnt euch hier noch weitere daten anzeigen lassen das bleibt hier so rein ihr seht wie schnell das geht also das ist jetzt wirklich richtig richtig cool und ihr könnt natürlich hier auch noch weitere sachen hinzufügen ihr habt mit die freie wahl was möchtet ihr noch hier rein haben und da können wir zum beispiel sagen wir möchten jetzt zum beispiel spotify da rein habe oder so dann ist es hier oben noch spotify drin so einfach geht das ganze ja macht ihr auch fertig zack und jetzt ist hier oben spotify drin drücke ich jetzt nicht weil sonst wird hier wieder etwas geklemmt weil ich dementsprechend halt irgendwo gerade irgendeine musik abspiele ihr kennt das so gehen wir mal in das hauptmenü rein wir haben nämlich ein ganz besonders feature und das wird garantiert viele e mobilisten da draußen freuen und das wurde bisher gar nicht genug erwähnt batterieheizung starten also wie gesagt aktuelle schnelldefinanzfähigkeit das auto ist gar nicht an deswegen wird jetzt hier nichts angezeigt aber batterieheizung starten das heißt wenn ihr jetzt wisst ihr startet in einem kalten fahrzeug und wollte erstmal laden dann schafft es die batterie natürlich nie mal eben warm zu werden dann drückt ihr unten drauf und die batterieheizung erlaubt euch dass das fahrzeug dann eine wärmere batterie hat was dann dazu führt dass die schnellladegeschwindigkeit hier dementsprechend erreicht wird finde ich schon ziemlich geil also dass es jetzt eine taste gibt zum batterieheizung starten ladeort und so weiter haben wir auch so was haben wir sonst noch wir haben bei dem thema assistenten haben wir eigentlich diesen ganzen iq drive und so weiter gibt es dann hier die lagen assist front assist travel assist ein eco assistent der euch sagt den fuß vom fuß vom gaspedal und so weiter also alles so eine kleine dinge die man eigentlich auch schon von den id modellen kennt und ihr habt es dort gerade gesehen anhänger erkennung der id 7 kommt nämlich auch mit einem anhänger und da gibt es dann eine anhänger erkennung was auch gerade für vertreter zum beispiel sehr wichtig ist dass man dementsprechend oder eben auch für eure reisen in den urlaub dass das fahrzeug dann zum beispiel auch bei den assistenzsystemen weiß dass es dementsprechend ein anhänger zum beispiel hintendran mitzieht so das wollte ich sagen gut beim parken den parkassistenten habe ich eben schon mal kurz gezeigt ist jetzt hier gerade nicht nicht aktiv aber ich habe gesagt ich muss ein blinker geben oder so weiter nein wir packen jetzt nicht aus hat natürlich eine bird's eye view kamera und so weiter was ganz witzig ist oder was vielleicht auch noch gar nicht bekannt ist der id 7 der kann bis auf 50 meter automatisch zu seinem parkplatz finden bzw kann bis auf 50 meter selber parken und dementsprechend kann er dann hier über eine app oder aber über den fahrer der im fahrzeug sitzt vollautomatisch einparken er merkt sich dabei seine seine parkpositionen und kann dementsprechend jedes mal dann wieder bei euch in den carport fahren oder in die immer gleiche parklücke etc pp und das halt bis auf 50 meter denn ich stelle es mir ganz ganz witzig vor ihr holt euch einfach morgens den kaffee drückt auf den knopf und dementsprechend könnt ihr dann das fahrzeug schon mal vorfahren und warum nicht so ambiente beleuchtung kennt ihr auch also dass das ist das was man schon kennt individualisieren ihr könnt automatisieren und so weiter das ist alles das was man schon kennt wie gesagt ich kann immer nur sagen guckt euch an wie schnell das ist ihr fragt hier sicherlich welche software das ist beziehungsweise kann man das nicht zeigen natürlich kann man das zeigen aber es hat hier einen ganz großen nachteil und zwar ist das ja hier ein testfahrzeug und da ist noch kein benutzerprofil hinterlegt und wenn ich jetzt hier auf die id software gehe dann sagt er mir natürlich hey du bist als gast angemeldet und als gast zeigt er mir das nicht an warum auch immer weiß ich nicht aber es ist die software 4.0 und ja das könnte und müssen wir jetzt glauben ihr seht wie schnell das ganze ist also ist richtig richtig gut ich wollte noch was zeigen hier zum thema sitze auch da wurde viel darüber gesprochen ich kann zum beispiel sitz klimatisierung habt ihr hier heizen trocknen maximal belüften fahrer beifahrer also das massage funktion der hat richtig viele massage punkte im im sitz drin das ist auch was ganz neues das waren wir waren das 20 20 in der rückenlehne zwei unten also irgendwie so und hier ich kann den beifahrersitz kann ich entweder synchronisieren mit meint dass er in der gleichen position steht wie mein sitz oder ich kann den beifahrersitz einstellen so dass der beifahrersitz dann was ich zum beispiel anders bequem sitze weiter ist ganz praktisch wenn man zum beispiel eine babyschale drauf hat oder die siebenjährige tochter auf ihrer sitzerhöhung da sitzt und man sich das mal ein bisschen anders hinstellen möchte so dass man dass sie auch bequem sitzt und sie selber gerade nicht irgendwie in der lage ist das zu verstellen bei meiner trifft das jetzt nicht zu aber whatever ihr könnt ich kenne es tatsächlich aus dem porsche auch könnt ihr dementsprechend auch hier die position des sitzes vom fahrerplatz aus synchronisieren oder auch einstellen so wo waren wir jetzt wir waren jetzt bei den fahrprofilen wir haben app connect natürlich mit carplay und so weiter radio medien standklima wie sagt das seht ihr hier auch ist übrigens ein vier sitze in diesem fall also da in der mitte ist nur notsitz also es ist also fünf sitze sind es natürlich aber ihr seht es schon das ist erhöht das ist jetzt nicht wirklich ich zeige euch das mal also er könnte zwar fünf sitzen aber ja so wie gesagt ihr könnt dann einstellen soll er das lenkrad heizen den sitz heizen scheibenheizung macht automatisch und wenn man jetzt zum beispiel und in der beleuchteten slider bar hier das einstellt dann seht ihr dann schaltet er komplett um also jetzt gehe ich mal wieder weg ich habe es jetzt gerade eingestellt und dann zeigt er wieder an klimautomatik ac und so weiter sobald ich hier irgendwas verstelle blendet er dann die temperatur ein und blendet die buttons aus das machte auf der anderen seite dann dementsprechend auch da kann ich auch einstellen und was man natürlich hier bei dem klima machen kann ist dass man dementsprechend was ich synced dann sind die beiden gleich oder aber und das ist neu man stellt sich die nicht verstellbaren lüftungsdüsen so ein wo es eben hin soll also das ist schon fancy das kennen tesla fahrer kennen das natürlich der vw fahrrad ist jetzt auch man kann auch von vornherein sagen okay auf die füße auf den bauch das kennt man jetzt auch von den autos geht jetzt aber alles vom auto aus und das finde ich natürlich sehr geil ja heckscheibenheizung frontscheibenheizung macht man auch alles über den panel ihr habt hier zwar immer noch auch die buttons hier also maximal also defrosten frontheizung frontscheibenheizung heckscheibenheizung aber ihr könnt das halt eben jetzt dementsprechend auch hier machen lenkradheizung natürlich kommt dazu und wie auch immer ihr seht bei fahrtbeginn unabhängig einschalten ich wollte zeigen wie schnell ist man eigentlich in diesem menü das ist schon echt also ich finde es schon richtig richtig gut wie schnell das hier gerade geht und ich betone noch mal ist hier in einem testfahrzeug also da unten ist zum beispiel noch mal ein großes kabelbündel hier oben kommen kabel raus das was ihr hier seht das ist schon echt cool na so so geht es auf den menschen direkt nach und dann kann ich es wieder hier mehr einstellen und so weiter aber wenn man sagt nee ich möchte zum beispiel punktuell auf mich oder dann hat er so vorgegebene position die er dann anströmt also das ganze thema klimatisierung mit den nicht verstellbaren lüftungsdüsen sondern alles über die elektronik das ist auch eines der highlights hier aus dem system der software 40 eigens für den id 7 gebaut und ja abstellen können sie natürlich auch aber das auto ist schon definitiv sehr cool so das ist eigentlich schon fast die ganze die ganzen highlights die man jetzt hier hat in dem fahrzeug das habe ich schon mal erwähnt dass dass der id jetzt auf den namen hört wenn ich das jetzt sage ich glaube wenn ich jetzt wieder sage dann hörte das schon okay nutzer anlegen könnt ihr natürlich auch der speichert dann die sitzposition spiegelposition und so weiter das hat sich nicht verändert und ja augmented reality head-up display man kann es so ganz leicht da vorne in der heckklappe des t-rock vor uns sehen head-up display ist jetzt serienmäßig beim id 7 so also soviel einmal zu dem ganzen system jetzt hier wie gesagt ich glaube damit kommt man sehr gut klar weil es einfach sehr sehr schnell ist den shop hat er natürlich auch ich glaube nicht dass er an ist weil also erkunden sie den shop und so weiter ich glaube aber nicht dass das ist funktioniert weil kein nutzer hier zur nutzung des shops melden sich nur nutzer mit dem nutzerkontos des hauptnutzers an da sind natürlich die zahlfunktion auch hinterlegt und so weiter und dementsprechend so ja hauptmonitor kennt ihr auch habe ich euch auch schon gezeigt ihr seht wie schnell das geht man kann sich auch den homescreen konfigurieren hier tipps und tricks sind das hier als kachel aber wenn ich zum beispiel jetzt hier länger drauf drücke und so weiter dann kann man sich das ganze nochmal komplett konfigurieren was möchte ich irgendwo rein haben und so weiter mega mega gut also finde ich wirklich richtig toll ihr könnt euch noch weiteren homescreen einrichten ihr könnt unten dies das layout anwählen und so weiter wie ihr das aufgeteilt haben möchtet also für jeden wunsch ist da was zu bekommen und ich finde das was die software 40 hier zeigt im id 7 ist genau das was ich glaube ich jeder nutzer bisher immer haben wollte und da hat meiner meinung nach vw einen ganz großen schritt gemacht mit der software 40 in diesem falle ja sagt mir gerne in den kommentaren was ihr davon haltet 15 zoll ist schon fast tesla format vw geht ein bisschen anderen weg wenn man jetzt auf den homescreen draufguckt oder so weiter ich zeige es euch noch mal auch mit dem ganzen screen hier und so weiter sie zeigen halt immer noch nicht also 3d ansicht habe ich halt nach aber 2d und das ist die 3d ansicht aber halt kein wie nennt sich das ganze ihr weiß wenn es aussieht wie real halt da ist vw halt noch nicht auf dem zug aufgesprungen aber ich finde es schon durchaus sehr 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 ansprechend und vor allem es ist richtig schnell wenn man jetzt hier reingeht seht ihr ich bin sofort in dem screen drinne home button gedrückt und so weiter ich bin sofort draußen ich swipe rüber und so weiter fahrzeugstatus ja es ist ein testwagen deswegen ist da jetzt dementsprechend was als meldung vorhanden hier seht ihr nochmal die fahrtinformationen sagt der wagen hat auch schon über 5000 kilometer runter shop habe ich euch eben gezeigt lademonitor bumm sofort da ladeorte optimieren batterieheizung starten pam sofort und das bleiben pam pam ne also ihr seht wie schnell das hier gerade alles geht ich bin da wirklich von begeistert wie toll das ist hier und dementsprechend hier sind noch die benachrichtigungen und privatsphäre einstellung also jede taste hier ist nicht nur eine anzeige sondern hat tatsächlich auch irgendwo eine funktion und das finde ich schon ziemlich cool ich bin halt nicht angemeldet so also soll es an dieser stelle schon gewesen sein ich wollte euch mal schnell die software 4.0 hier im id 7 zeigen das kommt dann definitiv später auch für andere id fahrzeuge freut euch drauf ich finde es ist ein ganz 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 großer schritt und ja gerne in die kommentare was ihr davon haltet wird es jetzt schon ein bisschen tesla like oder nicht nein sehe ich nicht so es ist komplett anders aufgebaut es ist nicht mehr so tief verschachtelt wie ich finde und durchaus übersichtlich und vor allem es ist richtig richtig schnell soll es gewesen sein von dieser stelle von der weltpremiere vom id 7 besten dank fürs zusehen und bis bald ciao ciao